Was geht ab meine Freunde? Herzlich Willkommen zu einem neuen Altcoin Update Video. Heute werden wir einen Blick auf Cardano werfen, nachdem hier wirklich das Breakout mittlerweile stattgefunden hat. Wir haben kein tieferes Tief mehr gesehen, beziehungsweise dieser Ugly Wig, den wir schon länger auf dem Schirm hatten. Der wurde noch nicht abgefischt, noch nicht. Möglicherweise kriegen wir nochmal diese Chance irgendwann. Das werden wir uns auf jeden Fall im heutigen Video anschauen, außerdem wie die ganze Struktur aufgebaut ist, welche Nachkaufzonen für uns möglicherweise nochmal interessant werden könnten, nachdem wir hier eigentlich schon in diesen Preisbereichen sehr, sehr viel akkumuliert haben. Bevor wir hier doch starten, lasst dem Video gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und natürlich gerne in die kostenlose Telegram Talk und Signal Gruppe rein. Wenn ihr Bock habt auf Updates, News und Signale, kommt da gerne rein. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Natürlich alles for free. So, und dann starten wir gleich mal mit Cardano. Momentan, wie gesagt, bei 45 US-Dollar Cent. Wir haben eine Market Cap mittlerweile von 15,7 Milliarden US-Dollar und das ist natürlich auch ganz, ganz wichtig. Da müssen wir auch drüber reden, wenn wir immer Preisziele, die in einem Bullrun möglich sind oder möglich wären, muss natürlich die Market Cap da auch nochmal ein bisschen mit in Betracht gezogen werden, weil es wird kein Coin es wahrscheinlich jemals schaffen oder jetzt in den nächsten Jahren schaffen, Bitcoin dort einzuholen. Deswegen merkt euch das, 15,7 Milliarden Market Cap. So, wie gesagt, momentan traden wir bei 45 US-Dollar Cent. Wir haben hier die wichtigen Level auf Daily Sicht das erste Mal rausgenommen, nur wir haben meiner Meinung nach immer noch keine richtige Trendwende. Natürlich haben wir hier oben diese Preisbereiche jetzt erstmal getroffen, aber das wichtigste Hoch, das ist dieses hier auf Daily Sicht und das liegt eben genau bei 0,4533 US-Dollar Cent. Wir sehen hier schon, zweimal wurde dieser Bereich hier auf Daily Sicht schon angetestet, Liquidität da rausgezogen, aber ein höheres Hoch ist daraus noch nicht resultiert. Und das, obwohl, wie gesagt, Bitcoin bei 44.000 US-Dollar liegt, viele, viele Alcoins ihre Trendwechsel mittlerweile hingelegt haben. Bei Cardano sehe ich das ehrlich gesagt noch ein bisschen skeptisch. Das liegt aber auch daran, dass wir hier übergeordnet dieses riesige Falling Wedge Chart Pattern haben, was natürlich dann das technische Preisziel hat zwischen, ich sage es mal, 3,13 Dollar bis ungefähr 2,41 Dollar. Und weil sich daraus nach diesem Breakout plus nochmal diesem Retest aus dieser Zone eine riesige Seitwärtsphase eben gebildet hat. Und das seht ihr hier, diese Seitwärtsphase geht von 46 US-Dollar Cent bis zu unserem Bärenmarkt hier runter bei 22 US-Dollar Cent. Und unsere Kaufzone lag hier in diesem Preisbereich zwischen 30 und 28 US-Dollar Cent. Und das ist für mich immer noch so die wichtigste Marke, die jetzt auch gehalten werden müsste, sollte. Und davon gehen wir in den letzten Tagen immer mehr aus. Bitcoin, die US-Märkte, ihre Korrektur bekommen. Müssen wir auch bei Cardano damit rechnen. Es wäre aber nicht fatal, dass wir hier nochmal eben diesen kleinen Dump in dieser Range, die wir jetzt gebildet haben oder in dieser Seitwärtsphase, Akkumulationsphase, wie auch immer ihr es nennen möchtet, dass wir eben diese Preisbereiche nochmal sehen. Und dafür ziehen wir uns jetzt mal das FIP-Level von unserem Tief bis zu unserem Hoch. Das derzeitige Hoch natürlich kann sein, dass sich das nochmal jetzt in den nächsten 1, 2 Tagen ein bisschen ändert, je nachdem wann die Korrektur möglicherweise kommt. Und dass wir hier eben nochmal in diesem Preisbereich um 32 US-Dollar Cent bis maximal und da sind wir jetzt schon wieder bei maximal 28 US-Dollar Cent sehen. Das würde für uns bedeuten, wir hätten nochmal einmal die Kaufmöglichkeit hier in diesem Preisbereich. Wir würden diese kleine Ineffizienz, da gehen wir gleich nochmal in die kleineren Timeframes rein, würden wir nochmal füllen, hätten ein höheres Tief und könnten dann nach oben hin starten. Weil das ist das, worauf wir die letzten Monate immer wieder gescheitert sind. Hier in diesem Preisbereich oder wo wir damals das Breakout hatten, kam auch die Korrektur. Auch hier ziehen wir uns mal ganz kurz das FIP-Level, schauen uns das an. Wir sind bis ins Golden Pocket korrigiert, hatten hier aber noch diese Ineffizienz. Der Markt war noch nicht darauf vorbereitet. Dann sind wir eben an diesem höheren Hoch gescheitert hier in dieser Zone und dann kam die fette Korrektur. Und da müssen wir uns jetzt langsam darauf vorbereiten. Ich würde es nicht als bullisch erachten, wenn wir jetzt schon komplett nach oben hin ausbrechen und dann eben hier diese Gaps nach unten hin erst einmal offen lassen. Gehen wir mal in die kleineren Timeframes. Wie sieht es dort aus? Derzeit schöner Impuls, wie gesagt, nach dieser größeren Konsolidierungsphase sehen wir auch hier. Schöner Abtrend gebildet, können wir auch sagen, okay, es war ein Ascending Triangle, würde sehr, sehr gut passen. Wir schauen uns das technische Preisziel ein bisschen pessimistischer an. Ihr wisst, ich bin kein Fan davon, das ganz hinten anzulegen, das verzerrt immer so ein bisschen. Und da sehen wir auch, okay, das technische Preisziel wurde perfekt von diesem eben Symmetrical Triangle das erste Mal erreicht. Wir sind in der Widerstandszone, wir haben noch kein höheres Hoch. Langsam geht die Luft raus, auch wenn das Volumen hier zuletzt wieder einen deutlichen Klacks nochmal nach oben hinbekommen hat. In den letzten Stunden geht es etwas raus. Und da würde jetzt eine Korrektur meiner Meinung nach für Cardano sehr, sehr gut stehen, dass wir hier nochmal in dem Preisbereich, ich sage es mal, mindestens 0,5er, das wären die 34 US-Dollar Cent. Und besser wäre es sogar hier runter Richtung Golden Pocket zu gehen, weil wir hier auch noch einige Quellen sehen, wo eine Menge Volumen eben drin ist. Das sind so die Zonen, da kann man nochmal nachkaufen möglicherweise und auch möglicherweise eine Long-Position starten für einen möglichen Bullrun, der uns dann deutlich, deutlich höher bringt. Was sind denn die Preisziele von Cardano? Wie gesagt, das hauptsächliche Preisziel, wenn wir aus dieser Konsolidierungsphase endlich dann mal ausbrechen würden, diese Konsolidierungsphase geht jetzt auch schon, auch wenn wir hier das Falling Wedge da noch mit reinnehmen, seit Oktober 2022, also auch schon seit fast, ja, seit über einem Jahr mittlerweile, sollten wir da ausbrechen, ist auf jeden Fall das erste Ziel, das All-Time-High, beziehungsweise hier die Marke von 2,30 Dollar. Das heißt, wir haben hier auf jeden Fall noch ein Upside-Momentum von locker 424 bis knapp 600 Prozent, was hier möglich wäre und das wäre so das Mindestziel, was eben uns dieses Falling Wedge von unserem All-Time-High hier bieten würde. Geben wir der ganzen Sache nochmal ein bisschen mehr auf die Spur. Das heißt, wir ziehen unser Fit-Level von unserem All-Time-High bis zu unserem Tief runter, unserem Bärenmarkt-Tief bei knapp 22 US-Dollar Cent, während hier grundsätzlich Kurse sogar von 4,87 Dollar, das heißt die 5-Dollar-Marke, wären wir schon bei knapp 1000 Prozent oder sollte der Bullenmarkt komplett übertreiben und auch die Altcoins komplett übertreiben, wären wir hier sogar bei 15x. Aber, und jetzt kommt dieses große Aber, denkt immer so ein bisschen an diese Market Cap, wir haben 15 Milliarden Market Cap, wenn wir da noch ein 15x draufklatschen, dann wären wir hier bei knapp, jetzt mal grob geschätzt 200 Milliarden US-Dollar. Und das, wenn wir das mal so ein bisschen in Relation setzen, Bitcoin hat derzeit 859, wir wären dann auf Ethereum-Niveau, ob so viel auf Cardano dann laufen wird, sei mal dahingestellt. Aber es sind technische Preisziele, die erreicht werden könnte, aber behaltet diesen Market Cap ein bisschen im Blick und sowas. Für mich wäre erstmal wichtig, Alter Mai, wir sind hier investiert, wir haben einen Durchschnittskurs von 30 US-Dollar Cent grob, das heißt ein 10x wäre für uns hier locker drin. Alles, was darüber geht, ist dann einfach nur noch Luxus meiner Meinung nach. Aber das sind die Preisziele, gerne mal eure Meinung dazu schreiben. Habt ihr Cardano im Portfolio? Sagt ihr eher, nee, ich bin kein Cardano-Fan, ist für mich draußen? Gerne unten in die Kommentare reinschreiben. Das war es auf jeden Fall von meiner Seite, wir hören uns dann zum nächsten Video wieder. Gerne auch eure Altcoin-Tipps unten reinschreiben, welche wir uns als nächstes angucken sollen. Und dann werden wir uns die nach und nach weiterhin anschauen. Das war es von mir, ich wünsche euch einen schönen Tag. Like da lassen, Abo da lassen, Telegram-Gruppe joinen. Und dann war es das von mir, bis dahin, ciao, ciao und wie immer, stay cool.